Wenn ich geahnt hätte, dass diese ganze Branche nur aus Vollidioten besteht, hätte ich auch gleich aus dem Bau arbeiten können. Warum tut man sich das an? Ich muss dich leider noch mal nach der Sockenfarbe von Fabian in der Szene am Montag am Krankenbett fragen. Wo ist denn hier der scheiß Regierassistent, Mensch? Mann, ich sag dir jetzt zum letzten Mal, kümmer dich um das Chaos da draußen. Okay. Okay. Was ist schon ein Regisseur? Ja, ein Regisseur ist nichts, ist ein Regisseur. Der stellt ein paar Leute ins Bild, dass alles, was noch ein scheiß Regisseur macht, ja, ein paar Ficker in ihr scheiß Bild reinstellen. Meine süße Mohnblume. Sorry, nee, nee. Scheiße! Ich bin einer der wichtigsten Filmregisseure des ganzen Landes. So lass ich nicht mit mir umgehen. Das Gesicht ist bennert. Jetzt bist du Charmeat. Du hast wirklich null Komma null Ahnung von Schauspielerei. Wer ist denn hier der Regisseur? Wer ist denn hier der Regisseur? Welche Sockenfarbe der Hauptdarsteller tragen soll? Damit hab ich die ganze Zeit mein Leben vergeudet und mir die Nerven zerrüttet. Scheiße! Scheiße! Scheiße!